Servus, ihr habt euch relativ eindeutig für das Thema Todesstrafe entschieden, also bekommt ihr jetzt meine Meinung dazu zu hören. Was die Todesstrafe ist, muss ich ja wohl kaum noch erklären, aber trotzdem erstmal eine Definition. Die Todesstrafe ist die Tötung eines Menschen als Rechtsfolge für einen in einem Gesetz definierten bestimmten Tatbestand, dessen er verschuldigt befunden wurde. Ihr geht in der Regel ein Todesurteil nach einem Gerichtsverfahren voraus, das mit der Hinrichtung des Verurteilten verschreckt wird. Danke, Wikipedia. Danke. Ich persönlich halte nicht gerade viel von der Todesstrafe, aber sehen wir uns erstmal an, wo es diese Form der Bestrafung 2017 noch gab. Ich persönlich halte nicht gerade viel von der Todesstrafe, aber sehen wir uns erstmal an, wo es diese Form der Bestrafung ist. Nicht dabei sind die Staaten, welche in Sonderfällen noch die Todesstrafe durchführen, oder die Todesstrafe derzeit ausgesetzt haben. Fällt euch dabei etwas auf? Mal abgesehen von den Ländern, von denen ich selber nie zuvor etwas gehört habe, sind fast alles afrikanische, arabische und asiatische Länder. Woran das liegt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mit Sicherheit, doch ich kann nur vermuten, dass es zum Teil am islamischen Glauben liegt, der in vielen dieser Länder die Gesetze mitbestimmt. Eine Trennung von Staat und Religion ist dort kaum bis gar nicht vorhanden. Oftmals findet man die Todesstrafe auch in Ländern, die diktatorisch regiert werden. Aber wie gesagt, da kann ich nur Vermutungen anstellen. Die häufigsten Methoden der Hinrichtung sind Das wären in den USA und Japan vor allem Mord. In anderen Ländern ist bewaffneter Raub, Ehebruch, Vergewaltigung und Korruption mit dem Tode zu bestrafen, sowie in manchen Ländern Drogendelikte. In einigen islamisch geprägten Ländern genügt schon der Abfall vom Glauben oder Homosexualität als todeswürdig. Doch warum genau bin ich gegen die Todesstrafe? Der erste, sehr wichtige Punkt ist einfach. Laut Spiegel Online sind bis zu 4% der zum Tode Verurteilten in den USA unschuldig. Wie grausam muss es für einen Menschen sein, unschuldig Jahre oder Jahrzehnte im Todestrakt zu sitzen und zu wissen, dass man für ein Verbrechen hingerichtet werden soll, welches man nicht mal begangen hat. Klar, es gibt sicher deutlich mehr Menschen, welche zu Recht schuldig gesprochen wurden, doch muss es denn gleich die Todesstrafe sein? Auch in Deutschland wurden schon Personen unschuldig wegen Mordes bzw. wegen Tötungsdelikten verurteilt. Dazu möchte ich gerne zwei der bekannteren Fälle kurz ansprechen. Der Landwirt Rudolf Rupp verschwand am 13. Oktober 2001 spurlos nach einem Wirtshausbesuch. Die Ehefrau und der Ex-Freund einer der Töchter wurden ohne klare Beweise zu je 8,5 Jahren verurteilt. Die Töchter, zur angeblichen Tat seit 15 und 16 Jahre alt, erhielten 2,5 und 3,5 Jahre Jugendstrafe wegen Beihilfe. Angeblich war der Bauer gemeinschaftlich niedergeschlagen, getreten und schließlich zerstückelt den Schweinen und Hunden verfüttert worden. Doch Überraschung! Am 10. März 2009 wurde die Leiche schließlich gefunden. Das Auto des Bauern wurde aus der Donau gezogen. Der Bauer auf dem Fahrersitz ohne Anzeichen eines Tötungsdeliktes. Die Verurteilten wurden im Nachhinein freigesprochen. Die Polizeibeamten hatten offenbar großen Druck ausgeübt und den Beschuldigten Worte in den Mund gelegt. Ich verlinke zu diesem Fall ein Video in der Beschreibung. Zweites Beispiel. Günter Kaufmann. Ein deutscher Schauspieler wurde am 27. November 2002 aufgrund eines falschen Geständnisses wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Geständnis war zum Teil durch Druck der Ermittler entstanden. Kaufmann gestand, weil er fürchtete, ohne Geständnis lebenslang in Haft zu müssen. Ein Wiederaufnahmeverfahren sorgte im Januar 2005 für seine Entlassung. Die wahren Täter waren ermittelt worden. Ein Video zu dem Fall verlinke ich ebenfalls in der Beschreibung. Was wäre gewesen, wenn in diesen beiden Fällen das Urteil eine Todesstrafe gewesen wäre? Dann wären möglicherweise fünf unschuldige Menschen hingerichtet worden. Jetzt kommt meine Begründung, bei der einigen vermutlich schon die Kotze hochkommt. Das Grundgesetz Im Grundgesetz Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ich finde, dass es wohl der wichtigste Teil des Grundgesetzes ist. Jeder Mensch, egal welche Taten er begangen hat, hat ein Recht auf menschenwürdige Behandlung. Ja, ein Anders Behring Breivik hat genauso wie ein Ali Herisch Abdullah für mich dieses Recht. Die Tötung ist nicht das ultimative Mittel. Naja, höchstens um rachige Lüste zu befriedigen oder für den Vergeltungsgedanken vielleicht. Doch es gibt andere, meiner Meinung nach, weit bessere Möglichkeiten. Die Sicherungsverwahrung zum Beispiel. Im März 2018 befanden sich mehr als 500 Männer und eine Frau in Sicherungsverwahrung, weil diese zu gefährlich sind, um auf freienem Fuß zu sein. Einige Täter befinden sich sogar freiwillig in dieser Verwahrung, weil sie genau wissen, dass sie in Freiheit ihren Trieben nicht widerstehen könnten. Hinrichtungen sind oftmals schmerzhaft und es gibt keine Garantie dafür, dass nichts schief geht. Immer wieder hört man von Hinrichtungen, welche schief gingen und einen längeren Todeskampf zur Folge hatten. Manche werden jetzt argumentieren, dass die Täter genau das verdient haben. Doch nein, wer das denkt, ist meiner Einschätzung nach nicht besser als ein Verurteilter. Ich weiß auch genau, dass einige argumentieren werden, dass ich anders denken würde, wenn meine Verlobte oder meine Kinder die Opfer wären. Da stimme ich sogar zu. Doch dann bin ich persönlich betroffen und nicht mehr klar im Kopf. In so einem Fall würde der sehr verständliche, wenn auch primitive Wunsch nach Rache und Vergeltung überhand nehmen und meine Gedanken beherrschen. Gehe ich jedoch nicht emotional an dieses Thema ran, halte ich die Todesstrafe für unmenschlich. Viele werden auch die abschreckende Wirkung der Todesstrafe als Argument anführen. Ich halte dagegen. Deutschland hat jährlich eine Tötungsrate von 1,2 auf 100.000 Einwohner, was 963 Tötungsdelikten entspricht. Die USA dagegen eine jährliche Rate von 5,4 pro 100.000 Einwohner, bei 17.250 Tötungsdelikten. In den USA gilt die Todesstrafe. Und doch ist die Tötungsrate 4,5 mal höher als in Deutschland. Ich finde einfach, dass die Todesstrafe nicht mehr zeitgemäß ist. Ich freue mir durchaus ein, dass einige Straftaten in Deutschland eindeutig zu milde bestraft werden, Vergewaltigungen zum Beispiel. Doch daran kann und sollte man arbeiten. Abschließend kann ich noch dazu sagen, ich bin ein Befürworter für härtere Strafen bei Korruption, Bestechlichkeit, Veruntreuung, Vergewaltigung und dergleichen. Die Todesstrafe jedoch lehne ich grundsätzlich ab. Was meint ihr? Ist die Todesstrafe eine angemessene Strafe oder einfach nicht mehr zeitgemäß? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ihr könnt auch gerne unter dem I abstimmen. Hinterlasst mir Vorschläge für die nächste Folge. Servus und bis bald. Servus und bis bald.